Ja und heute spielen wir das Flott Marlöwe. Das würde mich sehr freuen, dass ihr meinen Kanal abonniert. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich zeig' heute euch wie das Spiel geht. Und dann müsst ihr hier drauf gehen. Und dann da, wo diese Dinger sind, rot und weiß. Nicht das mit der Rakete in das Auge, sondern das rot und weiße Rakete. Und wenn ihr unten seid, dann X. Und dann sucht ihr euch hier eine Mannschaft aus. Ich nehm' heute die da. Und ja, so geht das Spiel. Und dann ist Start. Erstmal, wo sehen die geil aus? Dann hier. Dann hier so. Wer darf anfangen, läuft durch, kommt auf Computer. Ich. Ja. Und mit X. Mit dem Stick tut ihr ausfüllen. Und mit X tut ihr schießen. Oh schade. Welches ist es? Oh mei. Sollte ich anders machen. Auch nicht. Schade. Aber es geht ja so. Und ja. So geht das Spiel heute. Und. Wer gewinnt? Ich wollte eigentlich Geld kaufen. Irgendes Rote. Schade. Und. Ich mach hier ein paar Platz. Das darf nicht sein. Endlich. Endlich. Endlich hab ich es geschafft. Guck. Das ist. Der Gegner seiner Seite ist meine Seite. Stop. Ich bleibe hier rein. Du. 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 Ich muss noch nach. Du. 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 Uh. Du. 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 Und ihr müsst alle Schiffe von dem Lautstecker und ihr müsst die Schiffe versenken und dann ist das Spiel vorbei. Hä, welches ist das? Es gibt keine... Oh nein. Oh Gott. Jetzt kriege ich aber eins. Ja, vielleicht. Weiß es nicht. Fuck. Warte mal, ich denk das. Ich glaube, das ist das. Welches ist das? Welches ist das? Welches ist das? Okay. Schall. Und jetzt geht es so weiter, bis man alle Schiffe versenkt.